Okay. Was? Bola zielen. Aha. Ja. Und dann werfen. Ah nach vorne drücken und werfen. Ah, ich muss hier stehen. Wie? Okay. Okay. Drücke. Okay. Ah, ich muss selber. Okay. Okay. Spring. Nein. Yes. Komm her mein Freund. Wo die gezeichnet sind. Warum fällst du denn runter? Mann. Okay, dann komm. Du zuerst. Und jetzt er. Jetzt einfach rüberspringen. Ja. Nice one. Haben wir geschafft. Ich möchte es auch mit der Bola zerstören oder wie? Huah. Scheißdreck. Dann nehmen. Yes. Macht das vor allem Schaden? Ne. Oh oh. Oh na. Hm. Gehen wir mit der Bola zielen hier. Heißdreck. Ah. Nein, nein, nein. Huah. Huih. Alter. What? Hey. Mach kaputt. Hä. Wie ist es nicht so einfach wie es aussieht. Das Ziel war am richten. Stick nach hinten drücken und dann. Nach vorne. Ja. Hm. Okay, nochmal. Nicht nach oben. Glade aus. Yes. Geschafft. Diese wiederkehrenden Schneestürme. Echt schlimm. Da muss ich auch wieder zielen. Ich warte noch kurz ab, bis der Schneesturm vorbei ist. So jetzt. Ah, fast. Nein. 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 Treff. Ja. Da ist ein Vogel wieder. Sehr geil. Komm Fuchs. Auf, auf. Schnell. Bevor der Strom kommt. Jetzt. Joa. Ah, okay. Ich deucht. Was ist hier durch? Kann ich das mit dem Fuchs auch machen? Ah, das läuft mir hinterher? Oder was? Uh. Wir müssen Respekt vor dem Schneesturm, aber. Wirst du es einfach mit der Pola treffen, oder was? Das war ja einfach. Äh. Vogel. Wo? Kommt der nicht dran? Dann. Mal eine andere Frage. Sieht man dich mal auf dem Konzertfestival? Ähm. Ja. Ja. Also. Festival nächstes Jahr. Denke ich mal. Werden. Äh. Full Force und Summer Breeze sein. Statt noch im Urlaub klar machen. Aber an sich. Ja. Konzerte. Da. Auf jeden Fall Machine Head. Heaven Shell Burn. Aber hat alles hier bei mir in der Nähe. Wie gesagt. So Raum Frankfurt um Wiesbaden. Wär so da. Aber. Äh. Kannst du mich ja nochmal separat fragen. Weil. Bis jetzt hab ich noch keine Tickets. Aber ja. Sieht man sich bestimmt mal. Habe ich absolut nichts dagegen. Oh. Der Stehsturm kommt. Kann man mal auf dem Konzert ein Bierchen trinken. Oder ein Apfelwein. Okay. Mich deucht. Ah doch. Ich kann da hoch. Uh. Uh. Okay. Jetzt. Spring. Ja. Der Wind. Der hat's gelöst. Ja. Ich trau mich nie wieder mit von hinten kommt zu springen. Wer weiß. Ob ich nicht in irgendeine Falle springe. Das war einer. Der hat Feuerzauber. Boah. Boah. Okay. Der boxt uns ins Zentrum. Das heißt ich muss das mit der Bola zerstören. Ich bin mit dem Bola treffender. Experte. Ich bin der Bola Pro. Deswegen. Ich hab gedacht er zerstört was. Ja. Krass geschafft. Beim ersten Mal. weg. Oh Gott. Ach er macht das. Krass weg. Griff. Ach scheiße. Was. Das ist ein Pennergesicht habt ihr jetzt gesehen. Kwatt. Ich klau uns einfach. So rollen. Fetten anhänger da. Wah. Keinergesicht. Geh weg. Das mit der Bola zielen ist irgendwie extrem. Das mit der Bola zielen ist extrem schwer weil das aufem. Ich muss das mit dem rechten Trigger nach hinten quasi ausführen und dann mit rechts nach vorne dann abfeuern. Das ist halt richtig kacke gemacht. Ich weiß nicht, wie er auf so eine Idee kommt. Aber es ist steuerungstechnisch einfach voll für den Arsch mit der Bola. Ansonsten wäre das Spiel hier mit diesem Spielelement eigentlich ein bisschen geiler. Okay. Ich würde nicht noch mehr von dieser komischen Feierscheiße. Schnell, 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 lauf weg. Wer nimmt sich hier wie Pause. Ui. Schnell, 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 schnell. Komm, nee, oh Gott. Unten lang. Scheiß werde ich. Alter. Wie der Alts hier Eis macht. Ich werde dir keine Bola geben. Bola-Banana. Fuck you. Oh Gott, was ist denn jetzt? Achso, das ist die Eisschorle. Aber richtig knapp entkommen. Sound mal ein bisschen leiser machen. Schnell, den Sound bei zwei, by the way. So intensiv ist das Sound mit den Kopfhörern. Bola-Expertin. Naja, eher nicht. So, nach heute der Sturm kurz auf. Doch schon wieder wurde es wieder windig. Es war schwierig, in dem Sturm schon etwas zu sehen. Robert Cleveland. Nasuk. Malakogone, Oblugone, Wishaobluti. Oh. Oh, gestrandet. Wann, die Leute da hinten auf der Eisschorle? Fantastische Bilder hier. Wahnsinn. Okay, ich glaube, wir müssen runter von dieser Schorle. Ich habe keinen Grund zur Freude. Warum? Ist das Blut eigentlich da hinten? Oder was ist das? Man erkennt es nicht. Das könnte alles sein. Bleib stehen! Oh Gott. Hey, Fuchs, komm. Okay. Hey. Wir haben es geschafft. So tücke ich diese Schorlen hier. Uh. Okay, jetzt ist die Zeit. Spring. Schnell, schnell, schnell. Weiter, weiter, weiter. Oh, die sinkt. Ui. Alter. Schnell, 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 schnell. Ich habe Angst. Ah. Oh Gott. Oh. Nein, 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 nein. Oh Gott, es bricht alles zusammen. Ah. Ah. Weg, 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 weg. Oh Gott, oh Gott. Okay, Checkpoint. Haben wir geschafft. Oh, der Eisbär, ich hab's so gewusst. Nehmen wir es als Gegner. Schnauze. Ich krieg's noch nicht zum Essen. Hä? Kommt doch. Der Fuchs hat grad was signalisiert. Da sind Geisterfische. Weiß aber nicht, was es mir grad aktuell bringen soll. Uua. Viel geschafft. Ah. Nein. Was ist das? Der ist voll hart, denkig. Uua. Buxi hat Angst. Muss ich was machen mit der Buller vielleicht? Kann mit der Buller nix machen. Wow. Sinken wir jetzt? Ihr versteht das nicht, was ich tun muss. Muss ich den einfach passen? Wenn ich runter springe, bin ich tot. Sag ich doch. Das war der Trick. Komm zurück. Alter, diese Geisterfische. Gott sei Dank gibt's die. Oh Gott. Jetzt runter. Das ist ein Schneider. Oh, da ist er wieder. Nein, 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 nein. Alter. Was ist los mit dem? Oh. Schnell, schnell, schnell. Komm, Fuchs. Lass uns abhauen. Das Eiswasser juckt den nicht. Der ist ein Eisbär. Er kann darin schwimmen. Er hat noch keine Zeit, sich auszuholen. Ich glaube, da hat er recht. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir den gesehen haben. Ich glaube, irgendwann kommt noch mal Wurstkampf mit dem Eisbär. Das dicke Eis verschwindet. Ja, das ist aber leider Realität, dass das dicke Eis verschwindet an den Poolkappen. Das ist einfach seltsam. Komm. Oh, da dürfen wir nicht dazwischen. Nein, komm da raus. Bist du wahnsinnig. Leute. Du hast mir instant zerquetscht. Hey, komm. Jetzt ist die Zeit gekommen, Fuchs. Bring. Ja, wohl. Okay. Lauf, 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 lauf. Ah. Scheißdreck. Ah. Ist er quetscht worden. Okay. Ich muss halt, glaube ich, inzwischen Stop hier machen. Geht das? Ja. Alter, demn Schwanz ist eingequetscht, aber sonst ist alles okay. Okay, ich muss hier dann wieder inzwischen Stop machen, weil da oben ist die Eule. Ich will die Eule da oben haben. Ich habe, glaube ich, schon eine vergessen. Ne, habe ich nicht. Aber. Ah, 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 ah. Das war der falsche Gang. Diese Animation, dass man resettet wird. Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Irgendwie ist die Steuerung seltsam. Manchmal. Der Fuchs macht nie das, was ich will. Ich wechsle jetzt schon mal auf den. Damit ich gleich hoch kann. Komm. Keine Zeit verlieren. Warum ist dieses Spiel so scheiß verbuggt? Habt ihr das gesehen? Die Animation war komplett abgeschnitten und alles. Was? Was ist denn los? Ja. Okay. Der Glitch hat mir gerade das Leben gerettet. Glitchy as fuck. Ich kann auf der rechten Seite vergessen, lang zu klettern. Das funktioniert nicht. Das habe ich jetzt noch dreimal sterben gelernt. Aber. Ich muss zusehen, dass ich mit dem da irgendwo komme. Ich kann mich hochkatapotieren lassen. Die kalte Wahrheit. Okay. Wie der schon Angst hat. Nein. Egal. Ich habe die Eule. Das zählt. Du musst dich jetzt nochmal holen. Nee, die ist weg. Der kommt. Lauf. Oh shit. Ich habe gerade gedacht, die hebt sich. Lass uns rüber springen. Oh fuck. Okay, wir haben es geschafft. Die Gefahr ist gebannt. Hoffe ich doch. Wenn jetzt der Eisbär durch die Wand bricht, schrei ich. Wall jump. 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 Ich wollte mir noch was zu trinken machen und es vollkommen vergessen. Aber wie ist denn, dass die da hochkommt? Die kommt nicht hoch. Fuchs. Ja. Das ist ein netter Hinweis. Wie schaffe ich es da hoch? Ah. Kann ihn ablenken. Der Bowler. Er hat mich wieder genotist, aber okay. Ich habe schon gedacht, irgendwas mit der Bowler muss sein. Walljumps trainiert als Super Metroid. Ah. Da bricht der Boden. Wow. Ja. 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 Das wird immer gefährlicher jetzt. Wahrscheinlich wieder ein bisschen Struktur. Struktur abbricht. Ah. Nein. Nein. Gemeinder Bär. Ja. 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 Muss ich wieder mit der Bowler fletschen. Da ist Dreck. Da. Keiner Gesicht. Na weg. Wie er nicht rankommt. Ja. Du hässlicher. Komm her. Ja. Oh nein. Fuchsi. Komm. Ja ja ja. Komm. Weiter gehts. Ich glaube, wir haben den Tod. Da war doch Wasser. Da war doch Wasser. Wasser im Arsch. So, Drückarm fortzufahren. Immer. Das frage ich mich auch gerade. Warum zur Hölle sind wir nicht ertrunken? Was ist hier los? Irgendwann ist der freigeschaltet, verschluckt. Kunusaka, über klarem Wetter, ein guter Jäger. Doch der Schneesturm war einfach kein guter Zeit für die Jagd. Was? Schwimmen? Das sieht aus. Aha, heißt das, wir können jetzt nicht mehr untergehen, oder was? Alles gelernt, unter Wasser zu kommen. Ja, komm. Ich und die Bowler, mein bester Freund. Die Bowler. Jetzt. Leben. Was? In Substinenz. Ich nehme an, da kann ich runterschwimmen und runter. Aber hier war noch ein Geist. Hier ist bestimmt noch was, oder? Ne? Oder muss ich da was mit der Bowler treffen? Ist da was? Das wird mir eigentlich markiert, ne? Sehr kündig hin. Passt. Nein. Höher. Nein, höher. Junge, triff. Ich meine Mädchen. Das ist nur ein kleiner Winkel. Nein. Okay, ist das nichts. Ich strau dem Ganzen nicht. Schneller Schirm. Mal gedrückt halten. Jo. Äh. Was ist denn für einer? Nicht hier dran. Ich muss das Eis zerstören. Okay. Ich habe schon gefragt, wenn ich nicht dran klettern kann, muss ich es zerstören, damit er dran klettern kann. Ja. Jetzt. Klettern. Klappt. Dies is nice. Dr. Nicenstein. Wow. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das eine sehr coolere Idee ist. Nein, was ist nur die Idee also. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee in Dudagner hat. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Mhm.